Die Grünen nur, wenn sie weich sind. Sonst nicht. Sie sehen wirklich gut aus. Sie auch, ja. Wir brauchen Benzin! 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 Oh je! Mariana, da ist ein Bagger am See! Geh jetzt, dein Bagger. Einen unterschriebenen Vertrag gibt es nicht. Der alte Piñol, der hat mir sein Wort gegeben, so wie sein Vater meinen. Ja, aber von dem jungen Piñol hast du nichts, Papa. In diesem Brief hier, da steht klipp und klar, dass wir am Ende des Sommers das Land verlassen müssen. Punkt, Ende der Geschichte. Eure Männer könnten die Wartung der Panels übernehmen. Ihr wisst ja, dass Pfirsiche sich nicht rentieren. So hättet ihr weniger Arbeit und mehr Verdienst. Das ist ein Bagger! Was, Alter? Hör auf, Mann! Hör auf! Dann erkundige dich doch! Ich will dich hier nicht mehr sehen! Familienfoto! Hoi!